Also sind wir mal ganz realistisch, Kiliad? Ihr werdet es wahrscheinlich nicht schaffen. Also erstmal danke, dass ihr in unsere Gruppe gekommen seid. Ey, Romata, das wirst du bereuen, das gesagt zu haben. Ich verspreche es dir. Hochmut kommt vor dem Fall, mein Freund. Moin Leute, was geht ab? Wir sind im Call mit Chef Strobel und Bucher. Wir spielen A1 Qualifier mit meinem Team, was noch wie heißt im Moment. Wer kann ich auch nicht sagen? Gegen das Team von Chef Strobel. Wenn wir gewinnen, haben wir noch eine Chance auf die Offline-Finals. Wenn nicht, sind wir raus aus dem Turnier. Viel Spaß mit dem Video, mit den Highlights. Lass dir ein Like und ein Abo da. Wie hat keine Spieler auf der anderen Seite? Der eine Execute, der muss jetzt sitzen. Was? Kamo kriegt hier einen und muss hier retreaten. Schön da. Und Defo mit dem Pick auf Kamo. Na, Lucid ist da. Na, Lucid ist da. Lucid gibt nochmal sein Bestes und das 2 gegen 1 gegen das allein. Kriegt einen isolierten Engel auf den Lucid. Er nimmt Spike, baitet einmal an, er zieht durch. Und 2 könnt Timing haben, 2 könnt gutes Positioning haben, 2 könnt Enes punishen und das... Was? Ja! Oh mein Gott, Enes, Alter. Passiert auch mal. Es ist jedem schon passiert. Es ist jedem schon passiert. Vor allem Schiff Schrobel, der kennt das. Versucht irgendwas mit den Schock-Info-Dart-Pings zu bekommen. Egal, einen hat sie, schön. Schöner Frack. Es ist in Ordnung. Oh! Oh, wie lucky. So was, wenn Lucid noch durchholt, ne? Ne, Skill. Merkt man den VZT-Maast halt hier in der Lobby. Boah! Oh, Kilian mit seinen schmalen Ärmchen. Oh, wir sehen wieder dasselbe Prozedere. Oh, die haben wir gesehen, oder? Die Runde wird wahrscheinlich relativ zackig verloren sein. Aber die müssen auch mal hier, äh, auch mal 2 auf A stellen. Wenn der IGL das sagt, dann wird das so sein. Ja, ja. Sollte das mal machen, ja? Ich glaube, wenn du da am Wochenende mit spielst, dann sieht das ganz anders aus gegen uns, Schrobel. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Da wird es ganz anders aussehen. Der vorhämmt hier schon an. Delayt das Ganze wieder. Kamor, wenn der mit der Nade ist. Boah, Klick, Alter. 1 zu 5 ist wieder fatal. Ja, da werden viele Fehler gemacht. Glaubst du, du würdest dieselben Fehler machen? Da, also, da, glaube ich, zu kein Sentinel-Main ist und ich schon Sentry gemaint habe. Ey, ich hätte zwar gesagt... Dann warst du Breach-Main, oder nicht? Hör auf, wegen der Scheiße, das ist immer noch Tribune-Call gewesen. Ja! Ich hab nie gewollt, dass ich auf Icebox Breach spiel. Ah, der Breach auf Icebox, Alter. Das war immer noch Tribune-Call damals. Wieso durfte der das einfach callen? Habt ihr keinen Coach oder so? Ja, aber habt ihr keinen Coach? Klar, das habt ihr keinen. Aber selbst wenn es IGL callt, dann hörst du gleich auf das. Den hat einen geilen Player. Boah, Defo. Defo-Bakka. Boah, Defo! Ah, das ist der Tod. Diffi, Diffi, Diffi. Jawoll. Boah, Luton auch aufgemacht, Alter, inzwischen. Zarttechnisch. Boah, hat er beide gesehen, Alter. Gut gespielt, Luton. Langsam hier. Boah, Kilian wird gedifft. Ist das schön zu sehen, wie Kilian umgeschossen wird, Alter? Oh, Junge. Toll, 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 toll. Camus sollte jetzt langsam mal aufwachen, ne? Dem geht's gar nicht gut, Alter. Ich sag, Camus ist ein starker Spieler, aber ich sag, Comp-Wise ist einfach Lucid durch die Erfahrung, der viel bessere Duhl ist. Aber das ist meine Meinung. Okay, Chef. Gut gespielt, Chef. Ist doch meine Meinung, darfst du haben, oder? Das darfst du haben. Ja, was du sagst, ist nicht gammelig, oder was? Ohne Smokes, jeden Engel klären. Einfach wird's nicht. Ah, der leer. Okay, das ist krass. Ein ganz langer Spieler, Camus. Und Anfänger mit einem schönen Shot. Das Hauf bekommt mir ja nicht schlecht. Tüttor mit nochmal swingen. Und das könnt ihr vielleicht schaffen. Mbappé. War aber gut gespielt von Kilian. Du, aber auch so alleine, ne? Lieben, Defo hier mit dem Dagger. Nö, oder? Nö, oder? Hä, wo ist die Flash hin? Können wir da mal kurz ein Bläh haben, wo die Flash hin ist? Ist sie über die Mauer geflogen? Das ist Ace vielleicht möglich für ihn. Er ist hollig. Mbappé ist so am Kochen, ne? Vielleicht bekommt er das auch. Mbappé holt sich den vierten mit dem Rechtsklick, aber reicht's nicht fürs Ace. Und jetzt darf es Lucid alleine sein. Hauf für das Ding auf jeden Fall. Da mache ich mir keine Sorgen. Und ich glaube, Mbappé hat da ein bisschen zu viel gewollt. Keine Chance, das Ding zu verlieren. Keine Chance, das Ding zu verlieren. Auch nochmal die KD gehen. 10 Runden, halt Full-A ausgeschlossen. Du kannst auch den Raum noch mit einnehmen. Und das hat da noch zwei Ks bekommen. Das ist das allerletzte. Aber gut gespielt. Defo wird in der Zwischenzeit über Mitte geholt. Aber die Runde ist weg. Und das Game wird hiermit wahrscheinlich auch weg sein. Für die werten Freunde von Lucid. Boah, Klick-Abi. Gut gespielt, 13-2. Schöbel, dein Team hat echt, hat sich Mühe gegeben. So, Runde 2, wie gegen UL. Wir haben jetzt Runde 13-2 gewonnen. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht auf Luthus. Wir sind Attack-Sided mit, nee, Attack-Sided, sorry, ich hab scheiße gelabert. Ich hab mein darf nicht zu dritt. Wir waren doch auch zu dritt, oder? Oh. Warte kurz. Tu, schön. 1-2. Ja, oder? Boah. Schön. Boah, Maddo. Aber schaffen wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Ich hab gewonnen. Doch, doch. Ach, sorry, ich hab lange nicht mehr gespielt, lange nicht mehr gespielt. Komm, Schnauze. Ich hab auch gestern mit einem Amateur... Boah. Junge, was ein Prätschmett, Alter. Oh, Bleach. Boah, Defo. A5-HP, ihr braucht ein Heal. Boah. Boah, Bleach. Bleach mit 25 HP. Wenn das Ace, ne, ist der echte Schemmungsmaster 3000, Bleach. Das Modlick da eben falten. Dann ein bisschen missmanaged. Alles dreht sich beim Bisch. Boah, wenn die Flash sitzt, ne? Ja, es war aber auch sehr, sehr diszipliniert runtergespielt, muss man sagen. Bitte zieh die Ult. Rügel raus, Camo. Ach, du heiliger Strohsack. Einfach, wir haben gesprungen, Defo und Maddo hier im Drop. Die Beispiele sollten bekannt sein und das sind... Ja, sehr gut von Anfair. Den gerettet, wirklich. Absolut gerettet, gar keine Chance da mehr. Um irgendwas zu machen. Defuse kann eigentlich nicht mehr eingeleitet werden. Und Anfair holt sich Maddo, oder? Oh, 3-3. Es kracht und pfeift, Alter. Ja, Ruru wird mir stinken, oder? So ein Scheiß, Alter. Morgen gehe ich wieder ins Training, Alter. Damit ich eine Woche aufs Maul hauen kann, Chef Ruru will. Ich wäre echt gespannt, Alter. Ich wäre echt gespannt, wie gut du gewonnen bist in den Monaten, in die du schon trainierst. Chef hat es über die Maschine gemacht. Ja, Chef hat es übel aufgebaut. So, auch wie der sein Bizeps geflext hat, hat sogar echt das gesehen. Einmal, du Wichser. Gefährlich. Und Klick. Ich schwöre, er hat nur Bizeps geflext. Wow, ist das frech von Klick, Alter. Junge, 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 das ist so geil. Hat er ihn gesehen? Die Operator. Stemmung. Klick hier, sehr gefährlich, sehr weit vorne. Das Ding ist, er muss halt... Oh, Klick ist so frech, ne? Zweiten, auch noch die Nades. Oh, Lucille. Stinkt das, Alter. Das stinkt so sehr. Ja. Nein. Longer. Der lebt noch. Der lebt noch. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Überall noch das eine Nice da reingehen. Ach, Tu. Hä? Ja, ich hab Tu hat Disconnect. Nee, oder? Ja, Mbappé. Boah, Meadow. Boah, ich hab diese beste Meadow-Clip, die ich gesehen habe, warum? Danke. God fucking bless, Alter. Und Mbappé lebt noch. Wenn er das klatscht, dann... Das ist die Killian-Runde. Mbappé erwartet noch Onside. Weiß, dass rechts und links stehen aber... Danke, Meadow, danke. Danke, 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 danke. Hi, Jungs. Hallo, mein Schöp. Salame. Wir schauen grad, Romato gegen unser Team. Wie zur Hölle hat OOL? So, Gottes Willen nimm ich, meine Jungs. Aber wir haben hier fucking sieben Runden. Ja, weiß ich nicht. Lotus ist in ihrer Mbappé. Yeah. Oh mein Gott. Camos einzige Kill ist ein scheiß Bullshit-Kill. Boah, ein richtig leckeres Kill. Holy shit. Aber es wird sich nicht leaken. Oh mein Gott. Flies, Flies, schieß, bitte! Halt sie ein? Halt sie ein? Halt sie ein? Halt sie ein? Oh mein Gott, mit Flieschling, Romatra. Alter Fliesch jetzt nur in der Erschämmung. Oh und Camo mit der Ult! Holt ihr Glück! Oh, einmal durchspend bitte. Das ist aber immer noch nicht der einfachste Retake. Oh, tut. Oh, du check nicht, Fliesch weiß, dass dieser Diffuse jetzt durchkommt. Oh mein Gott. Der zieht da einfach. Der zieht das durch. Der zieht das durch. Eh. Oh mein Gott. Seil, danke dafür. Witzel. Oh, oh, wow. Wow. Ja, Mann. Spielt ihr VCL? Mbappé, Dribble, oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Kimmy. 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 Ja, Mann. Das ist frech. Eeeh. 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 Er gönnt ihn. Nein. 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 Nimm Bracker Hose an. Ey, es wird es nicht. Diggit. Nice, sehr schön. Holy Shit. Ist das krank, Alter. Scheiß mal auf die Offline Finals. Aber einfach dieser Disrespect, dass wir gegen euch verlieren ist halt das Nervige. Aber jetzt guckt mal erstmal, was passiert. Bleach, bleibt natürlich ein bisschen ruhig. Du kriegst erstmal einen guten Kill. Boah. Schau mal, der kriegt den Dick-Arb-Kill-Rhen. Junge, es kracht halt. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, es dreht sich alles. Der Oga, Oga, Max. Der Oga. Der Oga. Der Rauch von einem Oga, der nicht bis 10 zählen kann. Ich brech ab, Alter. Das gibt es nicht. Oh mein Gott. Der Dash kam zu spät. Der Dash kam zu spät. Das ist halt Bruch jetzt, ne? Oh mein Gott. Ich sage jetzt, ich sage Kamu. Nee, Kamu ist weg. Du, du, du. Keine Chance, ein guter Spielklick. Und Defo spielt das alles safe und richtig. Er weiß, dass er auf Kills gehen muss. Sieht, klick, aber es reicht nicht. Junge, geh, geh, geh. Danke, danke. Ja! Eierflattern. Eierflattern, ja, ja. Klick, einer P. Shorty, shorty, shorty. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, super. Eierflattern, ja, 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 ja Vielen Dank.